Wie im Film, also das ist wie ein Witz sozusagen, also dass jemand ein Scherz gemacht hat oder also ich kann es auch nicht realisieren, was alles passiert ist. Ich glaube meine ganzen Kollegen, meine ganzen, also sozusagen, sie sind ja wie meine Familie, die können es auch nicht realisieren. Und ich hoffe halt, dass es Hoffnung gibt, dass vielleicht die halt die verletzt sind oder die halt noch leben, die Kraft bekommen.